Ah ja? Vielleicht geht's. Oh! Jawollo! Vielleicht mal zuschlagen hier. Na ja, hier ein bisschen, so ein ganz kleines Spoiler war schon drinnen, oder? So ein ganz kleiner... Ich muss irgendwie das Turm gehen. Ja, irgendwie hoch. Oh! Over here! It's ours, right? Oh, shit! Nee! Ich erinnere mich! Oh, oh! Oh, oh! Das war, glaube ich, auch eine Diase. Oh! Oh! Geht noch irgendwas in meiner Brinne? Nein! Alles gut! Ja, alles gut! Nicht Spoilern, Dizzy! Oh, Mann, ey! Kann mir mal bitte einer einen Timeout geben? I'm sorry! Gott, das war's! Gott, das war's! Oh, okay! Oh, okay! Ich fuh mir vor Formah... Ich fuh mir vor Formah... Ein Halاعusz... Oh Mist Stundenlang haben wir hier dran gesessen Hier haben wir stundenlang dran gesessen Ich erinnere mich da dran Sehr gut sogar Und so moin Schon mal das Ding ziehe Okay 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 Oh, mein Gott. Entschuldigung. okay doch mal so geht das nicht mehr man konnte ihm doch mal steiner kopf ja das ist der erste ich habe es manchmal kann man sich das nicht aussuchen worauf man lust hatte manchmal kann man sich das nicht aussuchen solltest du nicht escape vom tag auf spiel müssen tue ich gar nicht ich habe es jetzt schon Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nee! Oh, zu viele Leute! Verstehe, kein Bock, alles klar. Äh, ja Mr. Serious, ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Tag auf aktuell. Bin so mit dem Zustand nicht wirklich zufrieden, um da nicht irgendwie durchzutilten. Oh, ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Oh, ich bin da nicht. Oh, ich bin da nicht. Wow! Oh! Oh. Ah! Fuck! Ah! sind Sie? Hallo? 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 Yes, no, maybe, I guess. Ich kann mich nicht heilen. Ich habe keine Heilung. Cool! Klingt vertrauenswürdig aus. Cool, 10 Pillen. Ist er tot? Oh, cool! Ich habe eine Bombe dabei gehabt. Oh, Heus. Ich gehe mal davon aus, dass alle tot sind. Oder sagen wir mal so, ich hoffe, dass alle tot sind. Wie oft ich da gestorben bin? Ach, viel zu häufig. Keine Ahnung. Hunderte Male. Hunderte Male bin ich gestorben. Also wirklich buchstäblich hunderte Male. Hotel Schlüsselkarte. Oh, ich glaube, es sind alle dead. Äh, damit kannst du Upgrades machen, Phoenix. Kannst du mehr Lebenspunkte kriegen. Und, äh, bestes, äh, bestes Aim, also weniger Recoil. Dass die Waffen halt weniger Sway haben. Brick-Oberflasche. Das sehe ich ganz genau so Hydra. So habe ich leider noch nicht rausgefunden, wie ich mit dem Brick Leute schlagen kann. Äh, weißt du, was das ist? Ich weiß noch, wie ich damals versucht habe. Ich habe damals versucht, hier einfach hochzusprinten, die Hotelkarte zu holen und dann wegzulaufen. Aber es hat alles nicht funktioniert. Das war richtig scheiße. Okay, wir brauchen halt was zum Heilen. Ja, Munition ist auch nicht schlecht, aber eine Heilung wäre nicht schlecht. Cool, hier liegen wieder Pillen. Oh man, Juli, geht's richtig schlecht und wir haben nichts zu weilen. Dann an die Arbeit. Aber wenigstens haben wir eine Werkbank. Ah, den Rest gebe ich schon. Ja, sieht gut aus. Tja, hier fehlt alles. Ist das Alkohol? Nö. Wo ist der entspannte Dizzy hin? Bin noch entspannt, bin fast eingeschlafen. Bin auf dem Boden. Irgendwann mussten wir die Mission leider abbrechen. Wegen wirklich einschlafen. Ja, ich kann jetzt zwei Wochen reinmachen. Ja, ich kann jetzt zwei Wochen reinmachen. Na los doch! Erwischt! Gut gemacht. Gewissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay, schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Was ist mit der Medizin oder sowas dabei? Natürlich nicht. Meilen. Das wird kritisch. Ich wünsche mir, es wäre so wie ein Hitman. wo man Leuten die Sachen an den Kopf werfen. Äh, werfen. Oh oh. Ach du Scheiße! Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war sehr knapp. Oh! Hier liegt ein Snickers. Jawoll. Nee. Halt! Doch, mein Stein. Einen habe ich gesehen. Zwei. 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 Komm raus, du Feigling! Hey! Hast du was gefunden? Bist du da? Oh Mist. Töte mich nicht, man! Bitte, lass mich einfach gehen! Ja! Oh! 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 Entschuldigung! No paleo language! Didn't understand! Sorry! No German! Only Englando! Habe ihn leider nicht verstanden, Chad. Wusste nicht, was er von mir wollte. Hab ihr ihn verstanden? Okay. Gut. Ihr also auch nicht. Sehr gut. Ich dachte, er hat sowas gesagt wie No Killing Peace oder so. Weiß nicht. Wuh? Was ist denn? Wuh? Was ist denn? Ich gehe doch nicht. Oh Gott. 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 Mehr kann ich's gar nicht drücken! Das war jetzt ein Meter Entfernung, also so großer Hit war das jetzt auch nicht. Das war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein! Wie wär's mit... Hey Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na dann geh doch. Hm. Du machst hier über deine Stromkosten, machst du dir Sorgen? Wegen dem Stream? Uiuiui. Dann solltest du vielleicht mal deine Elektrogeräte austauschen und sie endlich mal auf A++++ bringen, dass sie nicht mehr ganz so viel Strom verbrauchen. Aber wenn dein Stream wirklich so viel Strom verbraucht... Ach... Ai, ai, ai. Ich sag's euch immer wieder. Ich weiß, wir sind... Ich möchte jetzt keinen Sellout machen... Wir sind mit Alternative verpartnert und dort wird auch die Energieeffizienzstufe angegeben bei allen Elektrogeräten. Also falls ihr in 2020 euch Elektrogeräte kauft, achtet doch eventuell ein bisschen auf den Stromverbrauch. Ich weiß, manchmal sind Monitore ein bisschen günstiger, die von 2010 sind, aber man kann ja auch ein bisschen was tun. Und das bringt auch was. Also kann ich euch sagen, das hilft. Ich spreche da aus Erfahrung. Meine Stromkosten sind auch gesunken. Also verzeiht mir, wenn ich da eventuell euer Strom, sehr viel Strom verbrauche bei euch zu haben. Bleib da, okay? Hydra, jetzt lass mich doch in Ruhe so unterschwellig's Hellout machen, Mann. Spiel doch mit. Spiel doch mit. Oh Mann, ich hab heute sehr viel Zorn auf meinen, äh, auf meinen Stream gezogen. Ei, ei, ei. Hätte ja nicht erwartet, dass es nur wieder raus wird. Die Brücke finden. Ich hasse das. Ich weiß nicht, warum Jax gestern so nette Worte geschrieben hat. Ich glaube, der hatte eine größere Vision als ich. Die URL von dem Laden war, äh, alternate.de. Falls du da nochmal nachgucken möchtest, nie sagen. Ohne Scheiß, ich wusste, dass sowas passiert. Ach ja, mein Gott. Ich werd nicht sterben, Leute. Alles gut. Das ist ja nur ein Stream. Und vielleicht morgen und übermorgen, die Woche danach nochmal, äh, Angry Birds, die keine Drops gekriegt haben. Vielen Dank, sehr gerne. Oh, gut. Oh, was gibt's hier? Na, kann ich fahrfahre verbessern? Alright, alright. Komm hier rüber. Oh, der Abschlussball 2013. Oh. Am 19.06. kommt der zweite Teil raus? Ja, am Freitag. Das werden wir dann auch spielen. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Ellie, hilf nicht. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Na, fahr. Ich kann halt immer noch nichts zum Heil machen. Ich bin dabei, wann geht's los? Äh, ich weiß nicht, wann wir Freitag anfangen. Keine Ahnung. Fängt davon ab, ob noch irgendwas zu tun ist. Aber ich sag mal so, ich stehe in letzter Zeit um 8.30 Uhr auf, jeden Tag. Also es könnte relativ früh losgehen. Sollen wir mal gucken. Äh, übrigens, ich hab gestern mit dem Cutter gesprochen. Äh, die, äh, The Last of Us, das Playthrough, kommt auch bei, äh, YouTube in 30 Minuten Folgen. Also, falls jemand was verpasst und das gerne danach noch mal gucken möchte, die zwei YouTube sind. Dann. 8.30 Uhr, ja, 8.30 Uhr, ich geh in letzter Zeit sehr früh schlafen. Freust dich auf den zweiten Teil? Äh, yes. Sehr sogar. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber ich hab kein Alkohol. Ich guck nur YouTube, wenn's nicht so viel Strom verbraucht. Okay. Kann ich verstehen. Ich werd alt, warum, weil ich früh aufstehe? Nee. Ich hab ne Frau im Haus. Und dadurch wieder ein geregeltes Leben. Ich guck halt nicht bis 4.05 Uhr nachts oder arbeite bis 4.05 Uhr nachts. Arbeite. Ihr habt ja heute gesehen, wie das ist mit dem Arbeiten. Gibt's hier noch Essen? Nee. Ist hier noch irgendwas? Mann, ich hab hier schwitzt. Ich hab hier fast gestorben. Ich wüsste etwa zum Normalstäblichen. Warum? Ich stream immer noch. Die ganze Zeit und viel. Alles gut. Hab ich jetzt? Nein. Immer noch nicht. Au. Da liegt ne Sniper, Junge. Na klar, Svenny. Dessen Mal sag ich dem Mod Bescheid, wenn wir so nen anstrengenden Stream machen. Komm her, geh in Deckung. Ich glaube, es waren viele Leute da unten, ne? Also gut. Die springen da runter und machen den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lindst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Ellie ist eine gute Schützin, by the way. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Vorhin an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020